Spendenlauf durch Hessen bedeutet, dass man mit Hessen Kontakt bekommt, vor allem mit der hessischen Mundart. Hier jetzt eine kleine Einführung ins Hessische. Heute kam die mollige Mutter mit dem ranken Töchterchen in die Boutique und sagte zum Verkäufer, man hätte gern für jede von uns eins von denen Fliegerblüsier, die sie in der Zeitung insoliert haben. Der Verkäufer reichte dem Mädchen das Fliegerblüsier und sagte zur Mutter, und Ihnen zeige ich mal unseren Bomberjack. Die Kundin bekommt ihr Sommerkleid aus der Reinigung zurück. Das war doch voller roter Röschen und jetzt ist es weiß. Lieb Frau, wir haben Ende Oktober. Ich hätte gerne Haarspengelchen, das haben wir nicht. Das müssen sie aber haben. Lieb Frau, was wir zu haben, haben wir auch. Ich brauch Sockehalter, Ärmelhalter und Hosenträger. Erwattet sie ihr Erdbebe? Kall, setz doch mal endlich das Inserat auf. Chaiselon, gut erhalten, billig zu verkaufen. Der Mann sucht Kugelschreiber, Papier, setz sich an den Tisch und, äh, 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 warste was, Anna, mir verkaufe lieber unser zwei Sessel. Heute meint, hab ich Ihnen, der Mann, am Bahnhof getroffen, aber er hat mich nicht gesehen. Ich war's, er hat mir's verzählt. Hatte sie schon immer ein Schnorres, Herr Weber? Na, Frau Schubert, und sie? Stammtisch. Fröhlich, bechernd, Bersan, plötzlich fällt der Karl um, tot. Jetzt erhebt sich die Frage, wie man der Frau das Unglück schonend beibringen kann. Der Wengersch, Karl, sagte, lasst du mich mal machen. Sie brachten ihn zum Haus der Frau, klingelten, klopften, oben im Haus wurde Licht gemacht. Die Dame des Hauses sah sie unten und rief, Ja, bringt das immer wieder, die Sau, die dreckig. Tun wir. Hatte wieder gesoffen. Hatte Karte gespielt. Hatte wieder alles verloren. Hatte, wann er nur verrecketet ist er. Das war nun ein kleiner Einblick in das Hessische.